Das Scherwundgeld Die Wirtschaftsleistung Nur ein getätigter Verkauf eines Warenstücks zählt zur Wirtschaftsleistung einer Region. Arbeitskraft fließt als gezahlter Lohn in diese Zahl ein, was eben dem Ankauf von Arbeitskraft entspricht. Der Fokus auf die Zirkulation lenkt ab und verschleiert die tatsächlichen Verhältnisse. Sie ist zwar existent, aber nur ein Teil des Geldsystems. Es ist durchaus richtig, Lohnarbeiter arbeiten bei Unternehmen, um von diesen Lohn zu erhalten, mit dem sie wiederum von Unternehmen Güter für ihr Leben kaufen können. Verkürzt ausgedrückt, Lohnarbeiter kaufen sich ihr Leben von Unternehmen. Aber das ist nur ein Teil des Geldflusses. Gehälter sind ein Teil der Lohnkosten, welche als Aufwand in der Bilanz eines Unternehmens verbucht werden. Diese erwirtschaften aber auch Gewinn, welcher das eigentliche Ziel ist, nicht die Erwirtschaftung von Lohnkosten. Betrachtet man das gesamte Geldsystem, erkennt man einen Geldstrom, der durch den permanenten Kauf und Verkauf von Waren entsteht, also durch Zirkulation. Der Vorgang der Entstehung ist in den Beiträgen der Wertverschiebung beschrieben. Und dieser Strom sammelt sich, wie gehabt, einerseits in immer weniger Händen und speist sich andererseits aus den Händen vieler, entzieht sich diesen. Geld, das gespart wird, mit dem nichts gekauft wird, wird nicht Teil des Geldstroms. Wird zu viel gespart, verliert dieser Geldstrom an Stärke. Aus diesem finanzieren sich aber diejenigen ihren Lebensstandard, welchen dieser Geldstrom zufließt. Nur Geld, das ausgegeben oder wenigstens angelegt wird, ist wirtschaftlich relevant. Ersteres sogar nur in dem Moment, in welchem es während eines Tauschgeschäfts den Eigentümer wechselt. Danach findet es sich nur in der Gesamtheit des erhöhten bzw. verminderten Vermögens eines einzelnen Teilnehmers wieder. Daher können auch nur die bereits abgeschlossenen Kaufgeschäfte in der Wirtschaftsleistung als getätigter Umsatz konkret gezählt, als Umsatzzahlen ausgedrückt werden. Keine künftigen Geschäfte, keine gerade stattfindenden, zählen dazu. Veranlagtes Geld, egal ob Sparbuch- oder Fondbeteiligungen, wird in Finanzprodukten weiterführend gehandelt, wenn auch nicht unbedingt in Krediten. Die monetär gemessene Wirtschaftsleistung sagt übrigens wenig aus über die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung, weil Preise für Arbeitskraft und Produkte von Zeit zu Zeit und von Region zu Region schwanken können. Und nicht jede Wirtschaftsleistung lässt sich auf die Produktion von Gütern zurückführen. Beispiel Wenn in einem Werk fünf Autos gebaut werden, sind fünf neue Produkte entstanden. Wenn aber ein Softwarehersteller sein Programm fünfmal verkauft, sind nicht fünf neue Produkte entstanden, sondern das Original wurde fünfmal kopiert. Die Erstellung des Programms war nur einmal notwendig, um es beliebig oft verkaufen zu können. In beiden Fällen gehen die Verkäufe in die Wirtschaftsleistung einer Region ein. Doch der Arbeitsaufwand, die eingeflossene Leistung zur Herstellung der Produkte, ist höchst unterschiedlich. Das Wirtschaftswachstum sagt nur etwas darüber aus, wie schnell und umwieviel das Vermögen der Vermögenden gestiegen ist. Und weil Armut und Reichtum einander bedingen, auch darüber, wie schnell und wie sehr sich die Verarmung intensiviert hat. Eine erhöhte Geldzirkulation bewirkt demnach lediglich, wie bei der Umverteilung, das Geld schneller in die Hände weniger fließt. Doch was geschieht damit, wenn es nicht gespart werden kann? Oder nicht so effektiv wie ohne Schwund? Auch ohne diesen werden größere Geldmengen weniger gespart, sondern veranlagt. Die Frage ist nur, wo? Die Banken Diese übernehmen beim Schwundgeld eine regulierende Rolle. Sie kontrollieren die zirkulierende Geldmenge und deren Wert. Sie übernimmt dabei die Aufgaben einer Geldregulierungsbehörde. Man hätte diese auch dem örtlichen Finanzamt übertragen können, aber man entschied sich für eine Bank. Vermutlich, weil man eine solche gedanklich eher mit monetären Aufgaben in Verbindung bringt. Vielleicht, weil man glaubt, die kennen sich aus. Allerdings ist immer zu bedenken, auch Banken sind Unternehmen und haben unternehmerische Interessen. Im Zitat des Professor Lauer taucht aber auch noch eine andere sonderbare Aussage auf. Banken leben weniger von den Einlagen der Sparer, sondern unter anderem vom Zins der Kreditvergabe. Man kann auch sagen, der Zins ist das Entgelt für die Dienstleistung des Geldverleihs. Sie arbeiten natürlich auch mit den Einlagen Ihrer Kunden, genauso wie mit dem Geld des Kredits, der als Guthaben auf dem Konto des Kreditnehmers liegt. Sie bieten Ihre Services deshalb an, um am Zins zu verdienen. Genauso wie das Geld für einen Kredit aus nichts geschaffen wird, verschwindet dieses auch wieder dorthin, wenn der Kredit zurückgezahlt wird. Daher bleibt am Ende nur der Zins als erwirtschafteter Gewinn für die Bank übrig. So wie ein Handwerker für seine Dienste nach Abzug der Materialkosten ebenfalls einen Gewinn berechnet. Sollen also die Banken nichts an der Verwaltung des Geldes verdienen, das bei ihnen eingelegt wird? Oder am Verleihen von Geld? Das ist so, als ob der Handwerker für seine Arbeit nur die Materialkosten berechnen dürfte. Wovon zahlt er dann seinen Lebensunterhalt? Natürlich, so ein Argument, kann die Bank immer neues Geld durch Kredite schaffen, um ihre Kosten für Gebäude, Inventar und Gehälter zu decken. Dadurch würde sie aber immer mehr Geld in Umlauf bringen, was wiederum den Wert des Geldes vermindert. Aber genau das soll ja auch beim Schwundgeld geschehen, auf eine bestimmte Art und Weise. Die genannte Webseite gibt Hinweise, dass Schwundgeld tatsächlich quasi auch als Buchgeld existiert hat. Und zwar bei der stützenden Bank. Und nur genau dieses unterlag dem Schwund nicht. Ein Augenzeuge berichtet, eben auf dieser Webseite, Fritz Schwarz, das Experiment von Wörgl, Aber man kann dem Schwund entgehen, indem man es ganz einfach auf die Sparkasse bringt. Das Guthaben auf der Sparkasse war also vom Schwund ausgenommen. Galt das nun nur für genau diese Bank? Oder für alle Banken? Gab es überhaupt mehr als eine Bank vor Ort bei 400 Einwohnern? Darauf habe ich keine Antworten gefunden. Aber demnach konnten Gewinne aus Umsatzerlösen und sich ansammelndes Vermögen problemlos und ohne Schwund bei der Bank deponiert werden. Die oben getätigte Aussage, nach welcher die Verzinsung von Guthaben, die Rendite, unrentabel gemacht werden soll, scheint damit nur ein Lippenbekenntnis. Oder galt das nur für die Lohnarbeitenden Sparer? Sollte nur nicht zu Hause gespart werden, sondern nur auf der Bank? Also behält das Geld seine Wertspeicherfunktion, wenn es bei der Sparkasse deponiert, also dort gespart wird. Was war nochmal das Ziel des Schwundgeldes? Damit kann festgestellt werden, dass Schwundgeld ebenfalls keine Verhältnisse ändern soll und sollte. Schwundgeld wird von vielen Menschen als Lösung unserer aktuellen monetären Probleme und der einseitigen Verteilung hochgejubelt. Verständlich, denn die Leistungszahlen des Wörgel blenden. Sie übersehen, dass diese Geldsysteme ausschließlich als Komplementärwährung existieren und existiert haben. Das heißt als Ergänzung zu einem bestehenden gesetzlichen Zahlungsmittel. Zum Beispiel einer nationalen Währung mit einer deutlich größeren Anzahl an Teilnehmern und vor allem mit vollständiger Wertspeicherfunktion. Das Geldsystem der Langenägger-Talente in Vorarlberg, auf das ich während der Erstellung dieses Beitrags gestoßen bin, hat zwar keine Euro-Deckung, bleibt aber dennoch an diesen gekoppelt. Auch dieses glänzt mit hervorragenden Zahlen genauso wie beim Chiemgauer. Es gibt 710 Konten bei 1800 Teilnehmern. Der Jahresumsatz beträgt 3 Millionen Talente. Wikipedia berichtet für den Chiemgauer von 6 Millionen Umsatz für das Jahr 2020. Auch in Langenegg wurde die Währung eingeführt, damit die Leute möglichst viel Geld vor Ort ausgeben, um die Nahversorgung im Dorf zu unterstützen. Auf der Webseite almenda.com-regionalwährungen, Link im Text, werden noch weitere junge Regionalwährungen vorgestellt, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Wir erinnern uns, die Geldeffekte beschleunigen und intensivieren sich mit steigender Anzahl der Teilnehmer. Darauf werde ich noch tiefer eingehen. Überwiegend wird bei den Berichten über Regional- und Schwundgeld, über Unternehmen berichtet, tatsächlich von geschaffenen Lohnarbeitsplätzen und Umsatzzahlen von Selbstständigen. Aber nirgendwo über die Geldströme, nirgendwo über Rentner oder diejenigen, die trotz der tollen Zahlen am untersten Rand jener Gesellschaft leben. Bekommen diese Zuschüsse von der betreibenden Gemeinde? Wie gestalten sich überhaupt die Einkommensschichten und vieles mehr? Ohne diese Angaben ist das Bild über ein Geldsystem lückenhaft und unvollständig. Als ob nur über Könige und die gehobene Gesellschaft berichtet wird. Armut wird ausgeblendet. Kommt irgendwie bekannt vor. Von der sogenannten etablierten Presse zum Beispiel. Oder von der Geschichtsschreibung. Aber einverstanden. Auch für den Versuch, die oben genannten Wissenslücken zu schließen, stellen wir uns vor, eine Gemeinde würde sich dazu entschließen, ein Schwundgeld einzurichten. Stellen wir fest, ob die würgelschen Effekte tatsächlich eintreten. Aber nicht mehr in diesem Beitrag. Bitte nutzen Sie bei Fragen und Anregungen die Kommentarfunktion. Geben Sie mir einen Daumen hoch, wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat. Und um den nächsten nicht zu verpassen, aktivieren Sie am besten die Glocke. Und Sie dürfen meinen Kanal auch gerne abonnieren. Für den Moment danke ich Ihnen fürs Zuhören. Und wir hören uns beim Experiment. Untertitelung des Zuhören. Untertitelung des Zuhören. Vielen Dank.